ja jetzt ich habe einen job mit d a l leere palettes zu abholen und liefern ok viel spaß hallo leute willkommen zurück bei retox für eine neue folge euro trox 7002 ja jetzt mit meine neue doff und eine skin d a l skin und ich habe noch ein paar so element von tuning pack gefunden ich habe es auch installiert aber es ist wirklich für den moment nicht so viel tuning pack vor aber trotzdem mit der farbe es hat schon was oder ok wir fahren jetzt leere palettes abholen und man fahrt richtung portugal ja portugal man kommt ok so benzin ich habe trotzdem alles voll gemacht so erst mal ja mit dieser spiegelkamera ja es ist alles gut man könnte auch ruhig alles sehen und ich bin auch zurück im sevilla in meine zweite garage oder dritte garage so jetzt gibt es verkehre dann muss ich auch langsam fahre demnächst rechts abbiegen ja die nach rechts ab ist ok ok alles gut und wieder rechts aber ich sollte auch schauen dass kein verkehr kommt ah doch es kommt eine daff aber die nicht die neue generation das haben sie jetzt gesehen das war ein alt gut so alt sind die auch nicht ich hoffe dass ich werde nicht so viel vor dem spiel bitte links halten links halt ok ich mache immer diese fehler hier im sevilla das ich war immer immer außen rum und ja sie sehen man könnte auch geradeaus fahren rechts halten und dann ausfahrt rechts nehmen die rechnung die rechnung die rechnung nicht diese die rechnung die rechnung ok ok bitte rechts halten ja haben wir auch keine rechnung rechts alt und wieder rechts ok ok alles gut bitte rechts halten Schön wieder rechts alt, ojejej Okay hier, hier kein Problem mit 90 zu fahren Oh und geradeaus oder? Bitte links halten Ja, alles gut, ich habe es auch gesehen Okay, aber jetzt der Kollege Ich habe mir nur bewusst Und wie gesagt, jetzt holen wir leere Palette und fahren wir nach Portugal Aber ich weiß auch nicht, wo ich hole meine leere Palette Ich habe nicht aufgepasst, aber Entschuldigung Diese Lieferung bringt 20.000 Ich denke mal, dass in dieser Folge werden wir auch das abschließen Ja und ich erwarte auch, alle warten auch an eine gute Neuigkeit mit dem Tuning Pack Für DAF Diese neue Generation Oh jejej Oh jejej Was macht er jetzt? Hallo Oh jejej Oh jejej Oh jejej Oh jejej Ajo, Unfall jetzt baut der Der Kollege Ajo Und jetzt haben wir noch andere PKW dazu, oder? Okay. Eieiei, jetzt... Und der Bus, was macht der Bus? Eieiei, okay, Leute. Ich habe auch nicht die ganze Zeit. Okay, der fährt langsam jetzt. Hallo, 90, erlauben. Nicht 70 oder so. 90! Oh, und ich fahre auch zu schnell. Okay, 90. Jetzt. Aber ich muss alle überholen. Das war die Sache. Alle überholen und... Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Rechts halten, okay. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ja, alles gut. Ich habe verstanden. Okay, 80. Demnächst links abbiegen. Aha. Biegen nach links ab. Okay. Hier ist auch 80. Okay. Biegen nach links ab. Okay, jetzt. Ich habe auch keine Ahnung, wo wir fahren. Man könnte auch schön einen kleinen Blick bekommen über diese Landschaft. Das sind alle Olivenbaum, glaube ich. Ich versuche auch nicht so schnell zu fahren. Immer geradeaus. Ja, immer geradeaus, okay. Oh, aber ich bin am Ziel, glaube ich. Ja. Wir sind fertig. Okay. Okay. Drücken die Folge Taste. Dass er auch... fragt macht. Jawohl. Und das ist leere Palette für Cines. Okay. Okay. Wird vorsichtig. Man überspringt die ganze Ladung, ja. Ja, vielleicht irgendwann kommt auch, dass man vielleicht hat man die Möglichkeit, dass wir unsere LKW laden. Das wäre auch ein guter Futures. Im Euro-Troximal oder so weiter. Aber wer weiß. Vielleicht ist das noch in Bearbeitung. Wer weiß, wer weiß. Es wäre auch interessant. Du kommst mit einem LKW und ab. Da gibt es einen Stapler mit vier, fünf Palette. Die musst du laden in deine... in deine... auf Fliege. Es wäre auch lustig. Okay. Jetzt fangen wir wieder zurück. Immer geradeaus. Ja. Immer geradeaus. Das ist es. Keine gute... Straße. Ja, ja. Es wäre auch eine gute Simulation, wenn man... auch Reife-Pleid bekommen. Ich überlege mal, dass es... Mal fahrt und auf einmal... Ja, die Reife ist kaputt. Die müssen noch wechseln. Das wäre auch sehr gut. Ja, das sind so viele Ideen, dass die Entwickler haben... Bestimmen das auch im Oge. Biegen nach rechts ab. Ja. Kein Problem. Ja. Erstmal. Okay. Verkehr. Kein Verkehr. Okay. Fahren wir weiter. Ja. Ja, ich denke, das sind Oliwebaum. Ja. Ja, sowieso in Spanien. Was machen die hier? Ah, ups. Vielleicht ups. Ohi, ohi, ich fahre. Viel zu weit an die Strasse. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Cordoba. Biege nach rechts ab. so da kommt ein lkw aber ich habe zeit ich habe zeit jetzt ist besser mit kamera und ich muss auch wieder raus am kreisverkehr zweite ausfahrt nehmen am kreisverkehr zweite ausfahrt nehmen nimm diese ausfahrt wir haben gerade 17.13 Uhr das heißt dass ich werde auch ein kleines stück nacht schicht oder was ist ein kleines stück ich weiß es nicht so Tempomat aktiviert so Tempomat aktiviert ok ok das war ein Problem mit dem Bus aber leider bin ich auf die falsche Seite ich kann ihm nicht helfen wenn der Rad anpasst ja und sie sehen dass ich bin trotzdem jetzt gefahren 7.940 km das ist nicht schlecht so so Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, man fährt immer links Links halten und dann Ausfahrt links nehmen Links halten, ok Nehmen die Ausfahrt links Ja, schon ok Sechs ist erlaubt, ok Bitte links halten Ja, ok, ok Ich habe auch nicht geguckt Man könnte Gut, aber jetzt dürfte ich nach rechts gehen Ich muss auch nicht die ganze Seite links fahren Ja, jetzt Bitte links halten Ich weiß auch nicht, welche Fenster habe ich jetzt aufgenommen? Bitte links halten Ja, ich spiele jetzt mit die Fenster Ich bin falsch, oder? Falsche Spur, aber egal Fahr doch, Kollege Ich will auch Schauen Ah, man könnte auch schauen Richtig gut gemacht, oder? Ich fahre auch nicht so schnell Man könnte auch sehen Das ganze Umgebung Ohje, ohje, aber jetzt fahre ich zu schnell Sechs ist erlaubt, ok Sechs ist erlaubt, ok Ja, und die Fenster, ah ok Ich wusste auch nicht Nein 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 Ok Fahren wir weiter Ich muss auch schauen Durch diese Fenster Ohje, ohje, ohje Ohje, ohje Ohje, ohje Ah Ah Links halten Links halten Und dann Ausfahrt links nehmen Nimm die Ausfahrt links Links, ok, ok, aber ich Ah Ah Da gibt es wieder ein Problem Ah, nein, 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 nein Ok, erstmal blinke Boah Ich komme auch noch nicht mal durch hier Oh nein Das ist ganz böse, dieser Unfall Ok, ok Nein Keine Chance Dass ich fahre weiter hier, ok Fahr ohne Licht, ohje, ohje Jetzt mache ich die Licht Ja, es wäre 19 Uhr, ohje, ich habe es auch nicht gehört Ja, es wäre 19 Uhr, ohje, ich habe es auch nicht gehört Jetzt Ja, ich war beschäftigt mit meinem Fenster, Leute Spielzeug Spielzeug Es war viel zu warm Man braucht Lüft im Lkw Ich bin Dann Ich bin toll Ich bin sicher Da Sch Scherzen Bitte links halten. Ja, ich versuche mal die 90 km zu erreichen. Ich drücke voll auf die Gaspedale, aber es bewegt nicht so viel. Keine Ahnung, wie schwer sind die leeren Paletten, aber oh. Okay, jetzt kommt ein Tunnel, aber die Lichts sind eingeschaltet, kein Problem. 80 km, hallo? So, alles gut. Es gibt Tankstellen, aber nein, ich glaube, ich könnte weiterfahren, oder ich darf weiterfahren. Der Fahrer hat sich nicht gemeldet. Die Dieselreichweite ist alles okay. Ich sehe schön, dass ich nach Anweisungen von dieser Navigation 4.000 km fahren kann. 90, 91, okay. Ah, Polizia? Oder war das Licht? Ich habe keine Ahnung. Grün und Weiß, ja. Bitte links halten. Ja, links halten, ja gut, ich halte links. Ja, links. Ja. 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 Es war klar. Ja, da kommt ein Autobahnerausgang und ja, da fahren die alle langsam, genau. So, ich dürfte auch wieder nach rechts, oder bin ich wieder viel zu schnell unterwegs, aber 91 kmh, ja. So, normalerweise auch alle in diesem Tempobereich fahren, aber ich sehe schön, dass der andere, ja, ich muss überholen. Sorry für die Kollegen, für die PKWs, die müssen warten, dass ich überhole. Da ging es halt sowieso. Uh, aber uh. Ja, es war knapp, aber okay. Okay. Alles frei, okay. Okay. Okay, da fahre ich wieder viel zu schnell. Sorry. Ich fahre auch nicht mit 80 Tempo. Ich fahre schon mit 90. Oh, aber ist das auf die andere Spur? Ah, ja, ja. Oh, jemand hat sich erwischt. Jemand hat sich erwischt. Tja, es passiert leider sowas, ja. Unfall, ja. Es ist auch nicht schön, aber manchmal ja, hm. Fälle von dem Fahrer oder Müdigkeit oder Defekt an dem Fahrzeug und ja. Ist alles möglich. oder anschlafen, anfahren. Schnell, 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 ja. Oder, oder, oder. Oder, oder. Ah. Bitte links halten. Ja, ich bin dabei. Es ist ja viel Verkehr heutzutage. Badajoz, okay. Aber das dauert noch bis das wir erreichen in Portugal. Ja, ich fahre sehr oft jetzt in Spanien und Portugal, ja, ich will auch was sehen von dieser Erweiterung, aber bis jetzt gefällt mir sehr gut, diese Erweiterung. Und jetzt Portugal. Ah, Portugal. Ja, schon wieder ein Unfall oder so? Oh je. Ja, ich fahre. So far doch. Nancy Scherlough, also. Oh, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Okay, jetzt. Okay, jetzt. Okay. Alles gut, alles gut und ich sehe, ich bin auch müde bald, aber ich denke in dieser Folge diese Lieferung abgeschlossen. Ich denke mal schön. Ja, so weit. Das Ziel ist nicht so weit, wie ich sehe, auf die Navigation. Dann passt das auch für diese Folge. Oh, aber wenn das kommt wieder an die Sperrung, es wird auch nicht toll. Oh nein, 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 okay, alles gut. Fahrzeugkontrolle. Entweder Fahrzeugkontrolle oder... Er war zu schnell unterwegs. So... ... 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 die lkw zu bremsen die fahrzeuge wenn meine reif sind kaputt dann muss ich diese stadt portugal oder land portugal und dann klar die ausfahrt rechts nehmen die ausfahrt rechts demnächst links abbiegen waren wir auch wiege nach links ab links ab und ich werde müde ja also sie noch fahrer ist komplett rot und hier nach rechts ab ja ok ok wo sind wir industrie ok für sich erlaubt ja gut ich war nicht so schnell und das gibt eine parkmöglichkeit sehr gut oje oje schade ein prozent warum ja ich habe auch die falsche es tut mir leid leid sorry ich bin der neue der praktikant ich war für die erste ball ein lkw bei euch so jetzt jawoll alles gut was ist das nein was habe ich gemacht jetzt ja 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 was ist das für eingang bei dieser firmen ok dann ja moment moment ich bin der neue ja so besser naja ich mache meine meine material kaputt ja und ihre ok es ist vorbei ja moment noch nicht so ganz so oft nur sicher geht ganz vorne sehr gut ich habe sowieso ein liege wegen schlafen für der lkw ok motor abstellen ok ausgezeichnet ja leere palette es war auch trotzdem ein guter job von mir oder gut am schluss der praktikant der weiß auch nicht wie mal lenker und eine pkw ok ich wünsche euch alles gut wir sehen uns noch ciao maßgut und